Was zur Hölle? In der letzten Folge war ich doch noch unten in der Höhle. Habe ich mich teleportiert oder was? Und wo ist überhaupt der Max? Zu oben. Ja, und damit herzlich willkommen bei Data Mission. Ich bin's, der Dennis. Und ich bin der Maximilian Max Max. Nein, Spaß, Max. Ja, man fragt sich bestimmt, wo wir jetzt hier plötzlich sind. Wir hatten eine Aufnahme gemacht und dreimal durfte erraten, was passiert ist. Sie ist abgeschmiert. Weil ohne Spaß, ich komme auf die Windows-Taste, das Programm schließt sich. Das macht sowas von keinen Sinn. Und er hat's nicht gemerkt. Ja, vor allem haben wir die ganze Folge nicht gemerkt. Wie auch immer, wir können jetzt mal ganz kurz in die Ärztetruhe gucken. Da ist nämlich folgendes passiert. 46 Diamanten, ich habe nämlich doch noch Diamonds gefunden. Ganze sechs Stück. Ja. Vor allem habe ich Rockstar gefunden. Schmeckt übrigens sehr, sehr... Uah, geil. Uah. Und ich habe mein Haus angefangen weiterzubauen. Ach ja, und bei mir auch. Ich habe hier nämlich jetzt mein neues Schlafzimmer. Und zwar im ganzen Palast. Yeah. Ich versuche nämlich die zweite Etage zu bauen. Das werde ich jetzt auch machen. Das bedeutet, ich brauche Glas. Das bedeutet, es kann Ewigkeiten dauern. Ja, brauchst du Glasscheiben, oder? Ich brauche eigentlich normale Glasblöcke. Ich habe einen Glasblock. Einen. Einer bringt mir nichts. Da fahre ich lieber selber was. Ganz kurz bei mir die Boxen einstellen. War es derbe laut bei mir gerade? Bei mir war es auch gerade derbe laut. Also bei euch natürlich nicht, weil... Weil wir es können. Ja. Und hier. Und es sucht mich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich gehe mal am besten zu der Wüste da hinten hin. Und ja. Was sonst noch so ist, die waren es in freien Tage. Die ganze Woche voller freien Tage ist um leider. Aber ganz ehrlich, die Sommerferien nähern sich bald. Freut sich wahrscheinlich auch schon, nicht wahr? Ja. Dann hast du nämlich die achte Klasse überstanden und ich die neunte sogar. Ja, ich bin schon die zehnte fertig. Ist klar, Max. Ganz ehrlich, Junge. Manchmal passt die Unlogik echt nicht. Deshalb ja. Ja, Mann, Junge. Der war nämlich eben beim Friseur und deswegen ist er unlogisch geworden. Also noch schlimmer. Ich meine, er ist ja schon unlogisch, aber... Naja. Naja, man kann ja nichts dran ändern. Niemand kann etwas an seiner Unlogik ändern. Doch, meine Mami. Wie auch immer, was machst du? Du machst dein Haus immer noch weiter. Mhm. Alter. Was ist das Problem? When the hell you will be ready. Hallo. Was? Wann zur Hölle wirst du fertig sein? Drei bis vier Monate. Ja, ist klar. Ist mein Ernst. Oh, es kann sogar sein bei den ganzen Videos. Oh. Wo bist du eigentlich gerade? Ich fahre haufenweise sein. Ich glaube, ich habe sogar schon mehr als ich brauche. Oh mein Gott, ein random Schaaf. Interessiert mich nicht. Nein, Spaß. Vielleicht würde ich noch mal da unten, weil ich habe hier unten auch noch was gebaut. Und jetzt kommt es. Tada. 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 Halleluja. Halleluja. Warum singst du? Keine Ahnung. Jetzt ist erlaubt. Ich selbst. Nee, Schmidt. Junge. Hö, hö. Box den bitte, Alter. Komm daher. Wenn du Pusel willst. Ähm, ja. Habe ich schon alles gesagt, was wir in der letzten Folge gemacht haben? Ähm, nicht ganz. Naja, vielleicht schon. Nicht ganz? Naja, vielleicht schon. Nicht ganz. Na. Muss man noch sehen. Wir waren halt in der Höhle und so weiter und mehr ist nicht passiert. Max hat halt irgendwas weiter gebaut. Mein Haus. Ja. Und ich habe halt gefahren und habe sechs Diamonds gefunden und noch irgendwie Eisen. Meine Mietwohnung, ha ha ha. Noch Eisen und so ein Schirr habe ich natürlich auch gefunden. Aber mehr ist nicht passiert, also von daher können wir jetzt hier einfach weitermachen. Nein, Leute, wir haben nicht gescheatet. Das ist abgeschmiert, ja. Klappt euch auch jeder. Yes, man. Oh, kack, ey. Eigentlich bräuchte ich in meiner Bude auch ein paar Öfen. In meiner Minibude hier, ey. Das ist ja echt schäbig im Vergleich zu deiner. Ich bin kreativer. Stimmt, Alter. Ich arbeite im Kreativmodus. Hat den Erfolg heiße Angelegenheit. Aha. Ah, ha, ha. Wow, die Öfen. Deswegen ist es so toll, oder was? Nein, so schön. Jetzt brauche ich natürlich noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Der berühmte Kohle-Song von Gronkh. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Weil irgendwann, hab ich ja gehört, soll Minecraft sogar in der Schule sein. Dass man das spielt, weil... Gibt's schon, Amerika, gibt's schon. Ja, eben. Also irgendwann gibt's das überall. Das heißt, irgendwann kennt jeder Gronkh und ja... Jeder mit Gronkh. Hallo meine lieben Zuschauer. Oh, mein Konzern, aber dann folgt Minecraft. Oh, die Schütze aber egal. Ähm, ja. Das weiß ich nicht. Das war mein Klon. Das war mein Klon... Schmild. Sam. Sam. Komm. Das war nicht Maxx. Axum. Axum. Oder Maxx. Das ist mein Pokémon von... Das ist Pokémon Maxx. Mein Name ist Maxx. Äh, warte. Okay. Ähm. Ich baue mein Haus weiter. Warte, das ist eigentlich... Ah, ich sehe ihn. Okay. Ey, mir fällt echt nix ein, was ich hier oben hier bauen soll, aber... Pool hab ich ja schon. Und, ähm... Echt, ohne Scheiß, was soll ich bauen? Das kann ich abreißen, das nervt mich. Da bin ich wieder, Leute. Aha, wo warst du? Mir ist gerade mein Mikro ausgegangen, warum auch immer. Aha. Hast mich wahrscheinlich auch in Skype nicht mehr gehört, denn in der Aufnahme wird man mich wahrscheinlich auch nicht mehr gehört, aber was soll's? Achso, jetzt könntest du's noch leisten. Was kann ich mir leisten? Wir können uns das erlauben. Ja. Nur Gronkh halt nicht, wenn er grad Bioshock oder sowas aufnimmt. Bioshock? Keine Ahnung, oder Infamous oder weiß ich nicht, was er alles ist. Infamös. Ja, manchmal auch sagen sie so, Leute. Infamös. Ach, das ist mir einer, dieser Gronkh, ey. Ja. Lass mein Fass aufs Spiel. Was ist so, Alter, Alter? Nein, Spaß. Was machst du eigentlich jetzt gerade? Ich baue mein Häuschen. Dein dickse Klo. Ja, Spaß. Und nimm mal eigentlich, hast du eigentlich einen Drehbuchschreiber für schlechte Witze? Nee, ich schreib die selber. Ja, und das legst du denn dann immer neben den PC und dann kannst du sie alle zur perfekten Gelegenheit vorlesen. Ja, falls du irgendwann mit Facecam aufnimmst, dann kannst du die Liste mal zeigen. Natürlich, wenn ich sie überhaupt mal haben will. Ja, nämlich er hat sie gar nicht. Nee, ich hab sie nur. Ja, die Logik hat jetzt auch wieder jeder verstanden. Ich glaub, ich mach gleich ein neuer Eisenspitzack bei uns. Gehst du zum Steinfeld oder was? Nee, zum Obsidianfels. So im Ernst? Ja. Ja, in letzter Zeit sind viele Abos, Abonnenten dazugekommen. Das haben wir auch in der Folge gesagt, die nicht existiert. Wie viele? Das sind, glaub ich, weiß ich nicht, wie viele dazugekommen sind. Zwei. Alter, Leute, ich falle nachher aus dem Fenster, zufällig. Zufällig. Ja, Leute, ich bin gesellschaftlich, also wenn man mich sucht, ich bin draußen im Garten und liege da einfach mal. Ich entspanne dort. Ich liege dort random. Das war jetzt echt nicht witzig, Mann. Warum lachst du? Ich weiß, wie viele Menschen dabei sterben. Zwei. Ey, das gibt's einfach gar nicht, Alter. Alter, wie sieht mein Haus bitte aus? Alter, dein Haus sieht gigantomatisch aus. Das ist kein Haus, das ist ein ganzer Ballast. Guck mal, meins wird auch größer. Na, ein klein wenig. Ja, dein so Standardhaus mäßig. Trotzdem, es wird auch ein bisschen größer werden. Ich muss mir schon mal die in Richtung ausdenken. Ich mach mal das Birknolz da weg, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Du wirst mich dafür erschlagen, aber ich mach jetzt einen Pool. Ich werd dich nicht dafür erschlagen, ich schick ne ganze Meute auf dich jetzt los. Okay. Na, Tiki. Ich mach das mit Eimern. Oh, da haben wir ja jede Menge, Alter. Ähm, ach ja. It's time for a pool. A pool. Ja? A pool. It's time for a pool. Oh, da haben wir jetzt keine Ahnung, oh, lol. Hm, das ist keine Ahnung, oh, lol. Wie brauch ich denn hier nicht? Oh, lol, lol. Wie brauch ich denn jetzt hier gerade nicht? Ich brauch eigentlich alles. Drei Pfeiler, komm schon, wir haben sowieso so viele Pfeiler. Hell, lol. Ah, okay. Und es wird natürlich wieder schön Nacht, worauf ich sowas von keine Lust hab. Und weil wir ja Hacker sind, stehen wir immer wieder auf Tag. Ja, auf Mitternacht. Dazu kann ich jetzt sagen, aber sicher doch. Hier siehst du. Siehst du. Ach, Mann. Ich will mal was probieren. Steinstufen gibt's, glaube ich, nicht, oder? Also aus gebacken... Doch, die gibt's, okay. Gebackenem. Aus gebackenem Stein. Ich backe gerne Steine zum Frühstück. Hier zur Mitternacht. Zu Mitternacht. Ja, ich hätte gern zur Mitternacht eine gebackene Stufe. Aber wieso gibt's keine Steine, äh, Treppen frei? Weiß ich nicht. Du gehindelt. Wir sind noch nicht erfunden worden, du Sposti. Weiß ich mal ganz kurz überlegen, wie das hier aussieht. Red doch mal mit einer normalen Stimme, ey. Ja, aber sicher. Mach mal, es kommt voll gut an. Spaß. Hörst du, wie ich rede? Das ist eine normale Stimme. Stell dir mal vor, das wäre deine normale Stimme. Ich will mich dafür selber umbringen. So, die Frage ist jetzt nur, wie baue ich das jetzt? Erstmal baue ich mehr Stufen und zweitens, keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Äh, wie soll dein Haus eigentlich am Ende aussehen? Hast du das schon mal überlegt? Königreich. Wirklich? Ja, es wird ein ganz Königreich. Aber ja, klar. Ein Königreich für einen einzigen König. Ha ha ha. Mist. Und ja, was hältst du eigentlich von dem Texture-Pack hier, wenn wir es jetzt schon so lange benutzen? Reasonable als Texture-Pack. Ich muss ja gerade selber mal überlegen. Das hieß, ähm... Key. Das hieß, ähm... Zoom, wir müssen es mal schon hinübertreten. Oborastik heißt das. Ovolastik? Ovorastik, Mann. Rastolane, fuck. Ovoraste, fuck. Oh mein Gott. Das sieht ja zum Beispiel Kacke aus. Genau so wie ich. Mann! Das gibt's einfach nicht, ey. Warum fahre ich die ganze Zeit runter? Weil ich zu doof dafür bin. Dankeschön. Oh, das ist Spaß. Ich wurde dazu geboren. Das ist meine Pflicht, so unhigisch zu sein. Ja! Scheiße, wir kommen jetzt weg. Oh, das fühlt sich gut aus. Okay. Ich habe gar kein Damage bekommen. Ähm, jetzt habe ich gefehlt. Ich bin verliebt. Ähm. Jetzt habe ich gefehlt. Äh. Hä? Habe ich ein Glas kaputt gemacht? Ich bin ehrlich, es kann doch nicht so schwer sein, einen Pool zu bauen. Ich stelle mich mal so zusammen an. Mann! Frau! Die Mutter. González. Sie ist gerade gehört, die Mutter. Ja, ich weiß. Was, ich? Was hat nur mit dir zu tun? Ja, muss ich. Ach, Leute. Ihr tut mir auch leid. Nee, ich tue mir selber leid. Gitteschön. Danke. Okay. So ist es noch besser. Ey, Gott. Verdammte Pupus. Ähm, mir fällt gerade noch etwas ganz anderes ein. Diese zur Hölle mache ich nicht einfach. Ich bin ja auch ganz intelligent. Hm. Okay, ich sollte mal lieber wieder aufhören. Ja, echt mal, Alter. Ist Müll. Ohne Spass. Also, bevor die ganzen Leute abschalten, äh, wollten wir nur sagen, wir machen demnächst wieder PvP in Minecraft weiter. Nein! Hab wir auch bei Splat gesehen, ja. Boah, Junge. Nee, leider doch. Wir machen weiter. Nein, ich meine, ich bin jetzt zum 80-malsten, 1500-malsten Maler runtergefallen. Okay, ich bin gerade so immer nicht verstanden, was ich gesagt habe. Warte, wieso sieht denn das Wasser so strange aus? Und dann wird es schauen, hier. So voll nicht korrekt, ey. So korrekte Deutsch und so. Boah. Boah, okay. Alles klar. Don't eat your korrekte Deutsch. Ach, das ist doch schier. Jetzt kann ich das hier nicht richtig platzieren, weil das hier solche scheiß halben Stufen sind, oder was? Weil du nicht korrekte Deutsch lernen. Okay, dann machen wir das anders. Dann weg mit den ganzen scheiß Stufen hier. Leute, da hinten ist ein Haus. Ja, mit was hast du gefunden? Da hinten ist ein Haus. Noch ein nicht fertig gebautes Haus. Das von mir. Das wusste ich gar nicht. Ja, als wir Privates gespielt haben. Offline. Nicht in der Aufnahme. Ich weiß gerade echt nie, was du meinst. Als wir mal gesagt haben, dass wir das Let's Play hier auch mal offscreen weiterbauen wollten. Als wir das Schiff weiterbauen wollten, aufscreen. Ach so, ja. Da habe ich dann so ein Haus gebaut und das ist immer noch nicht fertig bis heute. Oh, lol. Das wusste ich gar nicht. Habe ich schon vergessen. Du mir auch nicht zuhörst. Und daneben ist gleich so eine komische Insel. Die ich selber nochmal gebaut habe, weil die auch so scheiße aussieht. Tatsächlich? Ja, die sieht pupukaka aus. Ja, tolle Ausdrucksweise. Pupukaka. Ich glaube, ich muss in der Wüste ein bisschen Sand farmen. Aber woher kriege ich den Sand in der Wüste? Woher kriege ich den Sand in der Wüste? Hm, ich habe keine Ahnung. Vielleicht in dem du einfach Stein farmst. Okay, ich farm in den Erde. Ja, tatsächlich egal was, man sagt das Erd. Er sagt das doch unlogisch. Leute, was war denn das jetzt für ein Verarscher? Was denn? Ich mache hier Wasser hin und das ist verschw... Achso, nee, ist schon fertig. Okay. Ja, okay, das sieht ganz in Ordnung aus. Ich kriege mir noch Glaser für die Umrandung. Am besten noch Glowstone. Für den Stil. Für den was? Für den arteligen Stil. Du hast so viel in Stil. Das meinte Stil. Was? Das ist in Stil. Ja, egal. Achso, ja, ich weiß schon, was du meintest. Und was? Schade. Auf! Gott, Gott, Gott. Gott. Nee, Gott, dammit. Gott, dammit. Hm, ist falsch. Das wird natürlich jetzt mega scheiße, wenn ich das versuche, hier zu bauen. Nee, ich wollte eigentlich gerade einen Kommentar abgeben, aber nee. Soll ich denn da jetzt was platzieren? Ah, doch, ich glaube, ich weiß. Nee. Pupu Kaka. Wartet mal ganz kurz, Leute. Ja, ich stelle mich super genial gerade an, nämlich gar nicht. Ach, YOLO. Ich muss eigentlich nur da einen platzieren und dann kann ich... Okay. Und jetzt baue ich auch noch Erde mit einer Spitzsacke ab. Ich bin der Meister. Ich kriege Damage, ich kriege Damage von wo, von wo, wo, wo. Ich bin unter Wasser, ich kriege Damage, hallo, hallo, hallo. Du bist unter Wasser, wie kriegst du da denn bitte Damage? Ich bin fast ertrunken. So die Tintenfische. Nee, ich bin ertrunken. Hä? Hehehe. Er wird immer unlogischer. Ja, wird's auch. Wir müssen ihn dafür töten. Spaß. Ich töte das, bevor es Eier legt. Warte mal ganz kurz, das ist ja wrong. What the? Ah, jetzt ist es correct. Gott, dufü... Alter, was? Hast du gerade geschrien? Nein! Hast du gerade geschrien? Gott, dufü... Gott, dufü... Nein, hab ich nicht. Ich hab Gott, dufü... geschrien. Warte, der Heckmann? Genau, wo ich gerade gesagt hab. Wo bist denn du? In meinem Haus. Cool. Ich hab aber mehr geschafft als sonst. Okay. Das glaubst du nicht. Respekt. Respekt. Respekt, Digga. Was? What the? Ganz mit Stopp. Okay, alles klar. Okay. Oh Gott, das muss nicht sein. Das weiß ich nicht. Oh Gott. Das war gerade wie in dieser, ähm... Weiß noch, diese, 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 diese... Warte mal ganz kurz, mir fällt es gar nicht ein, in dieser Name hier. In Superflach, im Superflach-Let'splay von früher, wo ich hier... mit dem Bogen da runtergeschossen hab und da muss ich hartgeholter so schlimm lachen, Alter. Stimmt, Superflach haben wir ja auch mal aufhören. Und das war das Gleiche nochmal. Alter, eine der Folgen, die schon sowas von alt ist, kannst du dich noch erinnern, in Superflach-Folge 1, wo du alleine überleben wolltest? Ähm... Superflach, da mit dem... Da, wo es ganz irre war, wo ich ganz abgedreht war. Meinst du die Folge? Die Folge meine ich, ja. Schaut euch die lieber nie wieder an. Oh, ich hab mir fällt gerade auf, ich mach hier gerade was falsch. Mir auch. Wie auch immer, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, warte, ich hab mein Holz da. So, okay. Ich warte, ich verabschiede mich auf meinem epischen... Ich hab mal pennen, würde ich sagen. Nee, nee, ich... Du kannst nur nachts schlafen. Es ist doch gerade so ein Untergang. Oh, lol. Also nicht nachts, Mann. Wie auch immer, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich geh jetzt mal im Bett und dann... Hallo, Bett. Hallo, hallo. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten... Ja, würde ich auch gerade sagen, bis zum nächsten... Bis zum nächsten Folge. Warte, ich stell mich auch nochmal... Ich stell mich mal... Mein Nase juckt. Ähm, hier etwas weiter nach oben. Dann würde ich sagen... Ohne Spaß, wenn du jetzt trafst. Oh Gott, ich hab richtig Angst gerade. Ohne Spaß, Junge, schieß einfach. Ach, scheiße. Na ja, gut. Kacke. Bewegt dich doch nicht so schnell. Hey, ich hab auch. Okay, ich hab keine Pfeile mehr. Okay, Leute, dann tschau. Glückspitz. Auf Wiedersehen. Ey, Leute, ganz ehrlich, tschau. Tschüss.